jolo mein name ist levelnator und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu meiner zweiten folge rocket league auf meinem kanal ihr seht immer auch das gleiche auto ihr seht aber jetzt eine änderung und zwar neuigkeit denn rocket pass ist jetzt live ist now live through 1126 also der rocket league pass ist gültig von heute dem 5 september 2018 bis zum 26 november 2018 man kann da ich ganz kurz öffnen hoffe das nimmt das mit auf ich glaube zwar nicht aber egal ich glaube es nicht mit auf egal dann bleiben wir mal hier drin also seht ihr mein auto da rocket pass den kann man sich kaufen und zwar kann sich den hohen füge zehn verbleibende schlüsse benutzen schlüssel gar nicht und jetzt kann ich auf kaufen gehen und jetzt okay jetzt haben die bekommen und bestand immer ist so auch so bestanden klassen das ganze ist funktioniert so ähnlich soweit ich weiß wie falls ihr es kennt so ein season pass wenn man da bekommt und was damit machen kann ich sollte mal warte hier welches preset brauche ich nicht mehr das sieht hässlich aus das sieht ja ok auto anpassen da suchen wir uns jetzt mal hier den neuen maverick raus gestalten den mal gestalten wir ihn schön oder gestalten wir hässlich wir gestalten ihn überhaupt die reifen die reifen die reifen braucht der ein helme braucht da irgendwas oben drauf was witzig ist was das passen wird er sieht aus wie eine hotfries bekommt man eine antenne von mir ein starb nein ein strumpf nein ein video games lage welche video games klare passt denn zu ihm das sieht gut aus tor ja ok da habe ich nicht so viele effekte ich mach mal einfach hier das orange passen im orangen auto rein regenbogen an spuren ne spukzeige an spuren und drüben und das und egal ich habe ich habe kein mutter so klasse 2 minimiert äh bloß und sie ihr könnt sehen hier kann man was klassenumstieg klasse 1 2 das kostet halt immer alles alles klar ja das kostet halt immer jeweils vielleicht hätte ich mir auch einfach egal so dann spielen wir mal online spielen ich vermute mal wir kriegen gleich nach dem game was ich das richtig gesehen habt ihr seht 48.000 spieler und vorhin waren es also jetzt haben wir es 20 Uhr zirka das update läuft jetzt schon eine stunde die server werden vielleicht etwas länger das könnte passieren tatsächlich so erstmal hier sieht das aktuell typisch aus ja doch kann man kann man sich angucken kann sich auf jeden fall geben unser maverick ich weiß gleich ich habe vorhin schon gesehen dass im video nein ja genau jetzt öffnet sich hier was anderes das habe ich irgendwie nicht erwartet und das war kacke wünschen allen viel spaß ich wassermelone ist auch dabei und damit geht's los unsere erste runde rocket league mit dem season test im allerersten inseln rocket league gibt und da hinten haben sich hat sich nur einen bus geholt und da hat er noch bekommen ich habe den bus gesteht ok super ich habe vorhin gemerkt ich habe ziemlich wenig geredet insgesamt eigentlich ich mich hier weiter so anstelle verliere ich hier locker noch ich habe ich wassermelone passt immer schön zu mir rüber und jetzt hätte einer von meinem da stehen müssen stehen sollen bestehen dürfen gegen ein verein machen müssen so also 21 ist die tasten kombination es gibt hier so ein shortcut kombinationen mit denen man was ansagen kann ja nun sie für morgens ja wir können ja mal hier vorlesen wer ist denn i7 m body am an die jungs vom morgens da und ich wassermelone sind im gegner team und scheiße schiegt auch schiegt mir vielleicht würde ich auch einfach mit fluchen aufhören das wäre noch besser dann bräuchte es gar nicht mich darum weiter zu kümmern den ersten habe ich ausgespielt so eine schöne parade danke brauchst du mir nicht sagen das weiß ich eigentlich selbst ok scheinbar geht da keiner mit bitte ich dachte gerade schon der krieg hier nicht geht der sogar rein ne sah gerade so aus ich habe auf jeden fall kein boost doch jetzt wieder nein es war wirklich eine schöne parade der war kurz vorm einschlag der war und ich muss wieder zurück ja ich habe von so wenig geredet verbreite ich jetzt vielleicht etwas mehr unnötiges zeug auch aber ich wollte nein ach ja ich wollte einfach so sagen dass ich wollte einfach so sagen ja was ich kann ja mal ein bisschen was als jenri dieses update ich habe mir gedacht ich kann premium holen weil ich wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen aktiv spiele ich glaube das gibt 100 fortschritt stufen oder so in der art verbraucht man oder haben die geschrieben braucht man 100 stufen um diese fortschritts dinger zu schaffen zu erreichen wie auch immer ey wieso hast du den ball gebrockt ich wollte ein tor schießen das kannst du ja nicht einfach so machen ah nein ich bin ins chat gekommen ich wollte mir den booster entnehmen wieso lässt mich nicht ich finde ja unsere gegner spielen ungefähr wenn ich einfach nicht den boost lassen finde ich nicht in ordnung finde ich schon mal kacke könnt ihr auch einfach mal unterlassen ja komm ich dachte er ist dran aber er ist nicht dran und dann kann ich nicht machen und eigentlich wollte ich mir einen schluck feuer zu trinken und wird klar was ich so will aber hier mucho muchacho schießt aber im ball bitte und black ist noch im team bei mir ich bin mal ein bisschen auf pressure gefahren pressure we need more pressure unsere enemies und hat er den hat black den oder die lucifer den wenn lucifer ihn hat ist immer nicht so wer lucifer ist nicht in unserem team okay mutatio geht mutatio geht mutatio hat ihn aber nicht so jetzt bin ich wieder in der lade dazu im ball nice das war doch mal eine schöne aktion er ist die parade ich weiß nicht hat es mir überhaupt als parade jetzt sind ja drei ich weiß gar nicht wieso die länder aufgad so einfach eingegangen sind ich weiß auch gar nicht wieso das video schon acht minuten läuft wenn dieses game hat eigentlich nur fünf minuten dauert wir fahren jetzt beide fahren doch nicht beide aber zum beispiel die aktion von meinem mate verstehe ich gar nicht wieso fährt er mit nach vorne wenn zwei schon zum ball fahren war eine gute flache und da hätte blau mindestens ein blau eigentlich in der mittel stehen müssen okay der ist jetzt zurück beim ball und kann gleich helfen black sollte jetzt einer von der rami wenn black da zum beispiel jetzt so rum steht sollst du normalerweise eigentlich zurückfahren hast du wieder mehr übersicht vom spiel und so und alles ist wieder paladin es macht sich halt schöner so muchacho hat den muchacho hat den muchacho ist nämlich glaube ich ein besserer spiel als black ich hab den auch nein 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 auch schön im paraden schön im paraden oder schön muchacho 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 so ich ja ja was der frage für ihn er steht da alleine was ich spiele zum zum uplink auf platin wahrscheinlich grad und der sagt sowas an ich denke die anderen können das spiel nicht oder was schöne parade schöne parade nein ich hab's versucht ich hab's doch versucht aber ja genau jetzt lieben ja gut haben sie ihn los abgut so ich werde aber gucken was dieses level mitbringt mich schnell ich den level spec ich weiß gar schon irgendwas von hundert stunden schickautes das sind jetzt das sind die neuen oder wenn mich nicht alles durch die haben schon irgendwas mehr als ich vermutlich rocket pass abbrücken 50 prozent mehr ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt und ich dachte man kommt er einfach so irgendwie hoch zumindest ist es ja so ein vorten wenn man irgendwelche missionen abschließt soweit ich weiß aber ich habe hier gerade keine mission gesehen deshalb ja deshalb ja was euch dazu sagen wenn ich einfach mal die nächste runde reingang und hoffe jetzt was hier irgendwas passiert dass ich das game mit ein mails gehen ui was ein lupfer wie sie brise wie sie brise der geht ran der geht ran oder er geht nicht ran mach mal weiter mit schön 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 mach ich bin da ich wollte da vielleicht dran vielleicht auch nicht egal das ding ist drin ich hab immer auch nur xp xp ich hab nur punkte die gesammelt ganz bitte das dp drex was ist he statt er gerade bei ihm dass er in zwei kanz ist er damals in seinem stigen anderen und dann in rock click haben die noch was anscheinend weil die in rock click in einem anderen gott alter wenn ihr sohne spieler sind dann dafür ruhig das war nämlich eine echte schlechte aktion wobei man mit jetzt gerade nicht besser war die aktion geht schon klar aber ja vorbei mit dem eigenen lob so 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 ähm gut was hat er gerade eigentlich gewartet ich hätte eigentlich mit dem ball direkt das tor bringen können ok unser dritter mail fällt anscheinend auch bis vor aber solange er den ball hat ist mir egal der ball kriegt ein 3 der ball kriegt nochmal 3 ich fahre manchmal auch einfach hin wenn ich kein boost habe ja ist eigentlich nicht so klug aber ich hoffe immer dass die gegner denken dass ich nur boost habe und dann weg gehen oder sich nicht trauen oder wie immer eigentlich guter pass oder noch schade das war schlecht das war simpel und ergreifend schlecht von mir das war simpel und ergreifend schlecht von mir so ja ich dürfte euch jetzt von der musik bepatschern lassen bepatschern heißt eigentlich aber egal das war nicht so schüttelbar hat aber keiner von mir nicht ich brauche ein boost ich brauche ein boost ich brauche man der fährt sich über beide rüber oder nicht ich habe einen boost, das hat man sich weg gehen bzw. nicht vernünftig konnte ich nicht von dem hirn gehen der geht rein der geht rein ich bin vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch manchmal dass die bälle reingeht der typ ist so optimistisch dass da eine peste ankommt nein wieso ist er jetzt nicht da hinterher gefahren hat nicht geschehen dass ich schließen soll ich bin da zwar angefahren aber wieso ist der eine afg ist einer von meinem jetzt aufgau da ist der gerade angekommen nee der ist aufgau erstmal reporten hier finnerskettel meldung spieler kaffee er darf schließen jetzt hat er mein boost ja cool perfekt so habe ich mir das gewünscht aufgau sein und dann mein boost denken ja der blockt mich jetzt ja auch noch so schon wieder rausgelupft nice vielleicht sollte ich mit anderen Leuten zusammenschwerden da habe ich selbst nicht so viel zu reden und vielleicht über situationen die geschehen sind also wo 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 es ist nicht nur besser ich glaube nicht nur es war auch besser wo 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 Schöne Parade von ihm übrigens das kann ich gerade aber nicht schauen geht der für den? Nein man wieso habe ich den gar nicht ach ja der geht normal in mitte oder schlag lang ich habe bei einigen bällen hat echt keine ahnung ob die gegner auch rankommen können wie ich daran komme fehlt mir ein bisschen das knowledge und die jetzt schade da andere richtung dieses progression update hier ich will mal einen sieg hier haben man kriegt ja auch in rocket league hier übrigens xp für wie lange ein game geht bis zu neun minuten kriegt man denn die ganze zeit mehr dann nicht mehr glaube ich das lustige ist ich habe halt ein game bei mir noch als replay angespeichert was mal wirklich neun minuten ging ach ja sowas hat sich es gibt halt leute die tatsächlich nur für den destroy fahren bei mir mit die die auf die ja gut es war eigentlich schön und knapp und alles aber hat man nicht oder hat man habe ich und erst drin ist ich habe nie gedacht dass der ball der war schlecht geschossen ja guter pass super super fertig so ein bisschen freund ein bisschen fried ein bisschen freude ist ganz hübsch aus dem zustand jetzt habe ich okay okay gut rocket pass bei dp mehr ich bekomme durch die rocket pass krieg jetzt ich checks zwar nicht ganz aber ich krieg zwar durch den rocket pass mehr ep und ich krieg auch noch von meinem wochenbonus ep aber so insgesamt bringt mir der rocket pass jetzt glaube ich noch nicht so mega viel ich weiß nicht genau ich kann hier mal aus dieser weiß ich das ding wird jetzt mein nächstes match wird jetzt auch noch ein bisschen gehen ich habe gerade 21 minuten aufnahmezeit seht ihr übrigens auch links unten in der ecke falls es wirklich leute interessieren so ok war das lucky das war ein lucky go richtig richtig lucky go 110 richtig komisch so der fährt irgendwo hin und schließt den ball auf dem mond zack und schließt den ball auch auf dem mond so läuft doch läuft doch passt doch gut aber ich wollte mal acht minuten na gut ich wollte mal acht minuten vorbekommen habe ich die halbe stunde von den wo was ein paar hat was ein paar hat ich kann dazu echt nichts mehr sagen da 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 die wechselnd musik ist zwar natürlich ich würde gerne eingeladen aber ich das für euch hier dingse müsste ich die audiospur isolieren und ach keine ahnung und kein plan wie man es genau macht und ahnung vielleicht schon aber keine lust zu machen dann kannst du vergessen dabei geht hier nicht rein komm mal gut du hast doch gar nicht ernsthaft dass der ball reingeht aber der hier oh schön das gefällt mir so mutter so mutter ne das alles so wie es hier ist so mal zurückfahren und probieren den ball zu halten so ganze cringe lot oh meh mies 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 bruder mies 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 bruder muss los und schon wieder eine safe nein nein wäre das ding reingegangen oder ein richtiger tor noch das wäre so nice gewesen ja kommst du mir bewusst ich habe verstanden da ist der nächste ja ok kommt macht ein tolles mit ein 800 bus oder was halt ich war habe ich der meinung zu mit vor ihm an war ja kommen wird ein torreichspiel ist ein one run kann man machen kann man noch 32 wo ist es auch so das andere tor ist naja so komische das ist noch ein boost dude hast du vergessen da 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 ich meine man muss dem ging ja auch eine chance lassen so so in der art zum beispiel also man muss ihm zumindest die möglichkeit geben zu teufeln und wenn er es dann nicht wahrnimmt kann ich ja selbst nichts dafür so den weil er jetzt zum beispiel auch nicht mehr hat er beschlossen da lassen wir mich ja auch ausdruck gut habe ich dir schon mal gesagt dass ich davon abraten ja danke so schön wäre jetzt auch doof gewesen sonst wärst du schön und im konter gewesen ich finde ich gut dass du den ball selbst weg aus aber den traum pass von mir hätte ich ihm jetzt nicht gehen müssen soo soo oh 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 ist mir ein boost kam gerade aber echt günstig hopp danke schöner pass wunderschöner pass 26 30 übrigens so 4 2 1 minute 19 den ball habe ich vermutlich ja nein nein wieso habe ich diesen ball nicht war knapp bei knapp ne eigentlich scheiß von mir man kann also hinfall den ball sicher haben oder hinter und den ball nicht sicher haben zum beispiel auch alles klar ja sprich bevor er den ball berührt wie zum ich war hoch genug dass den ball hätte haben können eigentlich so zack und da da ich verstehe so zack ich fahre noch mal zurück ok kommen wir testen das ganze gleich nochmal aber diesmal eine aggressiveren variante ups das war tatsächlich nicht geplant also eine aggressivere variante ist bei mir schon manchmal geplant aber nicht sowas reicht so eine aktion egal wie mies für mich steht scheiß bin so ah 5 4 gut da haben wir das ergebnis wieder gerade gebügelt ohja und wir haben genau tausend punkte eigentlich müsste ich ja jetzt sollte ich ja jetzt gar nichts mehr machen genau diese tausend punkte behalte das würde mich voll sweet aussehen also der pass war jetzt wirklich wunderschön der schuss von ihm auch danke übrigens 6 4 wir müssen wir eigentlich danken credence steht da oben credence ist gejoint das steht gar nicht aber das spiel gibt betrieben oder sowas so da zack die richtung gefällt mir die richtung wie er jetzt entschlägt eher nicht so so kann es gehen ne meine freund damit können wir ihm ein freundliches gg schreiben und kriegen hoffentlich dafür auch jimmy haben gewinner jimmy ach da steht mein team name das ist ja auch süß so zack 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 rocket pass insgesamt 1.0861 rp ja lässt sich lieben aber wieso habe ich bei dem anderen so viel zack das ist immer wenn ich ein level aufstieg habe ok ich kriege eine limitierte raketenspur ich kriege ein buchmesser und ein dachaufsatz ungewöhnlich ist ja interessant super ich würde sagen das war's ohne spaß wir kommen jetzt auf 29 minuten 25 ich würde sagen wir gucken jetzt nochmal ob wir wenn mit glück mit glück mit glück können wir ins inventar gucken und kriegen das so hin dass ich ähm sollten stoß äh spieler 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 bereit zum handeln in ok ok gut buchmesser spieler bereit zum handeln in das check ich nicht ganz zack 1 2 3 4 die beiden sagen möchte ich eigentlich behalten ist ja doof ist ja doof ja den behalte ich dir auch und würde sagen das war's von mir und dieser langen folge die bleibt mal an karte guck mal ihr seht das hotfills zeichen sieht ganz süß aus guck mal da oben fährt das auto rum jetzt Tor wieder jetzt Auto das ist das neue Auto übrigens kann das eben Auto mal hier was war das irgendeine neue Spur verpasst ach finde ich eh nicht jo das war's bis bald buch j das war's ja das war's jeden j m dem wie das war's j pro wie das war's sondern j j und j das